Ja ihr Lieben, Jurassic Park Survival wurde auf eine unbekannte Zeit nach hinten verschoben. Wir haben Velociraptoren, die scheinbar von den Toten wieder auferstanden sind und trotzdem flackert das Jahr 2026 irgendwo im Hintergrund herum, was allerdings die erste Aussage wieder nichtig machen würde, denn damit hätten wir einen ziemlich fokussierten Zeitraum, nämlich das Jahr 2026. Irgendwas stimmt hier also nicht und wir quatschen jetzt mal darüber. Was hat das mit dem verzögerten Datum der Veröffentlichung des Spiels zu tun? Warum sehen wir im Gameplay-Material jetzt wieder drei Velociraptoren, obwohl doch eigentlich nur noch eine am Leben sein könnte? Und was verraten uns die anderen Bilder, die wir ebenfalls geleakt bekommen haben über das Spiel? Wir quatschen jetzt hier ausführlich darüber, in diesem Sinne ihr Lieben fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir erstmal mit der großen Hiobsbotschaft. Ich weiß, einige von euch sind dabei gewesen, als ich zusammen mit dem lieben Mirko von Prehistoric Zone, Kanal ist übrigens unauffällig da oben verlinkt, bitte mal draufklicken und ein Like da lassen, Als wir gemeinsam einen großen Livestream gemacht haben zum Games Festival, zum Summer Games Festival, da waren wir uns eigentlich alle sicher, ja, die ganzen Infos, dass jetzt hier im Jurassic June, genau zu diesem Event, da muss ein Gameplay-Trailer und ein Veröffentlichungsdatum zu Jurassic Park Survival gedroppt werden. Und wir haben uns die ganze Show angeschaut, zwei Stunden lang und es kam nichts. Also es kam nicht einfach nur kein Jurassic Park Spiel, es kam unfassbar viel Mist, den glaube ich keinen so wirklich interessiert hat und das war so ein bisschen eine vertane Chance. Danach gab es die ersten Gerüchte, ja, ja, der neue Trailer zu Jurassic Park Survival, der taucht jetzt ein paar Tage später auf. Und ich dachte mir, das wäre seltsam, weil warum sollte man jetzt wirklich diese Games Show sich entgehen lassen, dann den Trailer irgendwie einfach so lose ein paar Tage später droppen. Das wäre doch hier die Chance gewesen. Und tatsächlich gab es einige Aufschreie da draußen, die auch Universal nicht entgangen sind. Inzwischen hat man sich dazu geäußert und tatsächlich gesagt, das Spiel ist auf unbekannte Zeit nach hinten verschoben worden. Der Begriff nach hinten verschoben sollte man hierbei vielleicht nicht außer Acht lassen, denn das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass es schon vorher einen Termin gegeben hat, den man aber nicht einhalten konnte. Und auch hierauf wurde mehr oder weniger eingegangen, denn der enorme Hype, den dieses Spiel mit sich gebracht hatte, den hat sogar Universal nicht kommen sehen. Ich meine, ja, im Großen und Ganzen werden sie mit einem gewissen Maße an Erfolg gerechnet haben, mit einem gewissen Aufschrei, jetzt bekommen wir wieder ein Jurassic Park Spiel auf einer Insel, wo wir uns scheinbar frei bewegen konnten. Laut Produzenten und Entwickler des Spiels jedoch, hat man tatsächlich nicht mit einem solchen gewaltigen Aufschrei und einer so gewaltigen Nachfrage zu Jurassic Park Survival gerechnet. Und laut Universal selber ist dieses Spiel aktuell das wichtigste Spiel der gesamten Firma. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass das der Grund ist, warum das Spiel jetzt offiziell nach hinten verlegt wurde. Möglicherweise hat man eigentlich geplant gehabt, die Nummer jetzt schon wesentlich früher zu veröffentlichen. Es gab ja ein paar Gerüchte, die haben von Winter 2024 gesprochen. Nun gibt es allerdings erste Details und auch Aussagen, dass man sich wirklich Gedanken darum macht, die Fans hier nicht zu enttäuschen. Ich glaube also ja, die enorme Nachfrage und der enorme Hype, der dieses Spiel wirklich ausgelöst hat, ist mit daran schuld, dass wir jetzt ein Verschiebungsjahr bekommen haben. Das Jahr 2026 halte ich trotz allem für sehr weit hergeholt. Das wäre nicht das erste Mal, dass man einfach ein Spiel zig Jahre später ankündigt und dabei kommt es dann schon ein Jahr später raus. Ich denke einfach mal, dass man hier versucht, sich einen gewissen Zeitpuffer zu geben, dass das Jahr 2026 so ein spätestens Erscheinungsjahr sein wird. Wesentlich sinnvoller hierbei wäre jedoch eine Veröffentlichung im Jahr 2025, in dem Jahr, in dem wir nämlich auch den siebten Jurassic-Film erwarten können. Es würde also hier erneut Sinn machen, diesen Hype mitzunehmen und das Spiel 2025 zu veröffentlichen. Ebenfalls haben wir jetzt die offizielle Bestätigung bekommen, Jurassic Park Survival spielt im Großteil einen Tag nach den Ereignissen vom allerersten Jurassic Park Spiel. Allerdings soll das Spiel laut ersten Gerüchten ebenfalls noch die Ereignisse des ersten Films zumindest zum Teil mit aufgreifen. Was kann das bedeuten? Naja, ich gehe davon aus, dass wir in dem Spiel nicht komplett in einen zerstörten Jurassic Park geworfen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zu Beginn des Games so eine Art von Tutorial-Phase erleben werden, zu einem Zeitpunkt, wo der Park eben noch funktioniert. Das heißt, möglicherweise sind die ersten 30 Minuten noch parallel zu den Ereignissen aus dem Jurassic Park Film und dann irgendwann bricht die Hölle über die Insel Isla Nubla rein und dann beginnt das eigentliche Hauptspiel erst. Die Entwickler selbst versprechen hierbei das ultimative Jurassic Park Spiel. Es wird hier sehr viel Wert auf eine original 93er Jurassic Park Atmosphäre gelegt. Hierbei wird ebenfalls ganz klar etwas nochmal hervorgehoben, wo wir uns ja drüber unterhalten hatten, nämlich, dass wir Orte auf der Insel bereisen werden können, die es so im Film und auch im Roman nicht gegeben hat. Beziehungsweise hat es die Orte in den Filmen auch gegeben, wir haben sie einfach nur nicht gesehen, weil das Spiel ist ja weiterhin offiziell Kanon zur Jurassic-Reihe. Und wir hatten damals diesen Satz geschrieben bekommen, dass wir als Spieler in der Lage sein werden, die gesamte Insel zu bereisen. Also die gesamte Isla Nubla sollte ein wirklich wichtiger Fokus des Games werden. Und wir haben uns alle überlegt, wird es wirklich so sein? Oder werden wir einfach nur den kleinen Jurassic Park Teil erforschen können? Nö, jetzt wissen wir es. Tatsächlich soll uns das Spiel die gesamte oder zumindest einen gewaltigen Großteil der Isla Nubla zur Verfügung stellen. Unter anderem werden wir Attraktionen oder eben auch Hotelanlagen sehen, welche die Gäste des Jurassic Parks besuchen hätten können, wenn der Park damals geöffnet worden wäre. Und sowas ähnliches haben wir bereits schon einmal gehabt. Im allseits beliebten Jurassic Park The Game, ein Spiel, was glaube ich die Mehrheit von uns wirklich extrem gern hat. Und da bekommen wir auch so ein paar Attraktionen gezeigt, wie Achterbahnen. Dann gab es noch ein Fanspiel für den PC, wo man ebenfalls Hotelanlagen begutachten konnte. Und das soll jetzt hier alles in ein möglicherweise Open-World-ähnliches Spiel gepackt werden. Und obwohl ich kein Fan von Open-World-Spielen bin, weil ich einfach ewig lang brauche, um von A nach B zu kommen, weil ich mir in Spielen ultra gerne Dinge angucke, glaube ich tatsächlich, dass wir hier in einen sehr starken Open-World-Bereich drüber switchen. Denn ebenfalls wurde bekannt gegeben, dass der Survival-Aspekt in einem Spiel, das Jurassic Park Survival heißt, dass der einen zentralen Fokus einnehmen wird. Ich bin auch kein Fan von Survival-Spielen. Das liegt aber einfach daran, dass ich das immer mit Ark gleichsetze. Und bei Ark verstehe ich bis heute nicht, wie die Mechanik da funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in so einem Jurassic Park-Szenario sehr gut funktioniert. Möglicherweise auch so ein bisschen in der Art von The Last of Us. Was meine ich jetzt damit? Es wurde ebenfalls noch gesagt, dass Maya, also unsere Hauptcharakterin Maya Yoshi, die ist keine Superheldin. Die ist kein Owen. Die hat die Handbewegung noch nicht gelernt. Das heißt, wir werden uns wirklich wie ein echter Mensch fühlen, der auf der Isla Nubla versucht zu überleben. Es wurde darauf eingegangen, dass wir sparsam mit Ressourcen umgehen müssen. Dass wir unsere Umgebung im Blick behalten müssen. Und dass der Spieler dazu angehalten wird, seine Schritte zu überdenken und zu bedenken, da die Insel selber in verschiedene Bereiche eingeteilt ist. Und das deckt sich jetzt erneut mit den Gerüchten, die wir bereits hier schon mal gesprochen haben, dass sich verschiedene Dinosaurier in verschiedenen Territorien befinden. Ebenfalls wurde dem Spieler nahegelegt, die Umgebung im Blick zu behalten. Und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass laut einem Gerücht ein sogenannter Randomizer in das Spiel eingebaut wird. Das bedeutet, dass nicht alles in dem Spiel komplett geskriptet ist. Wenn ich zum Beispiel vom Helikopterlandeplatz zum Besucherzentrum laufe, kann mir ein Tyrannosaurus Rex über den Weg laufen, muss aber eben nicht. Das bedeutet, es können immer wieder andere Sachen passieren, was auch den Wiederspielwert unfassbar erhöhen würde. Laut Gerüchten zufolge sollte das ebenfalls die Umgebung betreffen. Das heißt, die Umgebung kann verändert werden und zwar bei jedem von uns anders. Dieses Gerücht würde zumindest sehr gut zu der Aussage passen, dass der Spieler ebenfalls die Umgebung im Auge behalten soll. Noch dazu sollen Dinosaurier sehr starke Unterschiede in ihrem Verhalten aufweisen, beziehungsweise auch in der Hinsicht, wie wir uns gegenüber den Tieren verhalten. Und als wir hier auf dem Kanal mal gemeinsam Jurassic World Aftermath gespielt haben, da bin ich darauf auch eingegangen, dass es mir sehr gefallen hat, dass wir uns beim T-Rex anders verhalten mussten als bei den Raptoren. Ebenfalls anders als bei den Dilophosauriern. Jurassic World Aftermath hat das Ganze allerdings für meine Verhältnisse zu wenig umgesetzt. Wir könnten jetzt hier also eine wirklich interessante Geschichte bekommen, in welcher wir selber darauf achten müssen, wie wir in bestimmten Zonen mit Dinosauriern agieren. Der Tyrannosaurus Rex könnte uns also möglicherweise für einen bestimmten Zeitraum nicht sehen, wenn wir uns nicht bewegen. Der Dilophosaurus könnte uns vergiften, was uns dann dazu zwingt, erneut Heilmittel zu beschaffen, um uns eben von dieser giftigen Wunde wieder zu befreien. Ebenfalls könnten die Velociraptoren, da wir jetzt hier genau drei haben, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, hier auch ihr Jagdverhalten aus dem allerersten Jurassic Park Film anwenden. Ihr wisst, was ich meine. Einer steht vor euch und zwei kommen von der Seite. Ich stelle mir das irgendwie ultra cool vor und ich wette mit euch, wir würden einfach alle am Anfang nochmal darauf reinfallen. Wir werden Dinosaurier zu Gesicht bekommen, die wir weder im Film noch bisher in irgendwelchen Spielen gesehen haben. Und da gibt es jetzt natürlich eine Masse an Theorien, was für Saurier das sein könnten. Es gibt eine offizielle Liste mit Dinosauriern, die im Jurassic Park gewesen sind, allerdings bezieht sich die auf das Buch. Ich habe euch hier gerade mal die gesamte Liste aus dem Buch mit eingeblendet, allerdings ist der Buchkanon nicht gleich der Filmkanon und man müsste sich jetzt hier auf gar keinen Fall nur auf die Romanliste reduzieren. Man könnte der ganzen Nummer wirklich wesentlich freieren Lauf lassen, ähnlich wie das auch das Spiel Jurassic Park The Game gemacht hat. Und ich werde auch das Gefühl nicht los, dass das mindestens eine minimale Inspiration für dieses Projekt hier ist. Was ebenfalls noch bestätigt wurde, was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass wir außer Maya noch andere menschliche Charaktere auf der Insel finden werden. Das heißt, wir haben sehr wahrscheinlich noch andere Überlebende. Man könnte jetzt sogar so weit gehen und könnte die ein oder andere Figur aus Jurassic Park The Game wieder mit hier rein einbauen und sie somit quasi in den Kanon einpflegen. Figuren wie Laura Serkin zum Beispiel wären sehr interessant oder auch der allseits geliebte Oskar, der mit einem Messer gegen den Velociraptor kämpft, würde ich dann doch ganz cool finden. Schauen wir uns jetzt mal die frisch geliebten Bilder zum Spiel an. Auf diesem Bild hier können wir unsere geliebte Rexy sehen, die scheinbar Kurs auf uns selber als Hauptfigur genommen hat. Das Bild sieht ein bisschen so aus, als würde sich Maya hier gerade versuchen, vor Rexy zu verstecken. Möglicherweise müssen wir uns im Game später dann ducken, damit Rexy uns nicht mehr wahrnehmen kann. Ich meine, das ganze Ducken- und Stillstehensystem, das haben wir ja bereits schon mal in Oakwood gehabt, wo uns der T-Rex auch nur dann verfolgen konnte, als wir uns wirklich bewegt haben. Das war da eine Funktion, die gar nicht mal so verkehrt war. Sie wurde jetzt nicht wirklich ausgeschöpft, das auf gar keinen Fall, aber trotz allem scheint das hier so eine Szene zu sein, wo sich Maya vor Rexy versteckt. Wir haben diesen Screenshot hier noch bekommen, der uns einen Bunker zeigt, wo einige von euch mir schon geschrieben haben, Tobi, ist das nicht der Bunker aus Jurassic World, in welchem dann später Franklin und Claire drin gewesen sind, wo auch dann der Baryonyx reinläuft? Und ich habe mir gedacht, vom Optischen her könnte das schon sein. Wir sehen ja auch den Mount Sibo hier im Hintergrund. Allerdings schätze ich mal, es würde von diesen Gebäuden dann auch noch mehrere Gebäude geben. Des Weiteren sollten die Jurassic Park Gebäude eigentlich auch nicht auf derselben Seite der Insel sein, wie später die Jurassic World Gebäude sind. Aber trotz allem, wie gesagt, das kann dasselbe Design sein, das macht schon Sinn, dass da von diesen Kontrollzentren einfach mehr auf der Insel sind. Ebenfalls können wir hier ein Auto erkennen und das Auto haben wir auch im Original-Teaser schon mal gesehen. Was also vermuten lässt, dass wenn wir hier wirklich ein Open-World-Jurassic-Park-Spiel bekommen, dass wir dann unter anderem diese Funktion hier haben. Man kennt es ja aus Open-World-Spielen wie Red Dead Redemption. Da war es ein Pferd gewesen, damit man schneller von A nach B kommt. Das könnte jetzt eben hier der Jurassic Park Jeep sein. Auf diesem Bild hier sehen wir eine sehr interessante Szene. Wir sehen zum einen zwei Velociraptoren. Darauf geben wir aber gleich nochmal in einem anderen Bild ein. Zum anderen haben wir hier eine Anlehnung an eine Szene aus dem Jurassic Park-Roman. Eine Szene in welcher oder ein Kapitel in welchem der T-Rex plötzlich aus dem Wasser herauskommt und Alan Grant und Lex und Tim in einem Schlauchboot angreift. Das hier scheint mir zumindest eine Konzeptzeichnung zu sein, die genau eine Referenz an diese Szene ist. Nur dass wir jetzt hier in diesem Fall zwei Velociraptoren haben, die Maya hinterherjagen. Das Boot könnte also ebenfalls noch ein Fortbewegungsmittel sein, das uns dann erlaubt, die Gewässer der Isla Nubla zu erforschen. Auf diesem Bild hier können wir Mr. DNS sehen. Und ja, das ist so ein bisschen, das stützt so minimal meine Theorie, die ich am Anfang hatte. Da ja gesagt wurde, dass das Spiel zu einem Zeitpunkt beginnt, der eben noch vor dem Untergang des Parks ist, das könnte so eine Szene sein, dass wir jetzt hier als Maya erst selber nochmal durch den gesamten Park durchgeführt werden. Wir werden so ein bisschen die Spielmechanik kennenlernen. Wir werden herausfinden, wie man Dinge craftet oder ähnliches macht und dann irgendwann bricht dann eben der gesamte Park in sich zusammen und das Spiel beginnt dann erst wirklich. Kommen wir jetzt zum Hauptbild, das hier geleakt wurde. Zu dem Bild, das für sehr, sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Zu dem Bild, das uns generell das Spiel aus einem anderen Blick betrachten lässt. Denn ursprünglich dachten wir alle, dass wir im Original-Teaser lediglich einen einzigen Velociraptor sehen, nämlich den, der aus der Kühlkammer wieder herausgekommen ist, in welcher er im allerersten Jurassic Park-Film eingesperrt wurde. Und die Idee, die einige von uns daraufhin hatten, ist die gewesen, dass dieser Velociraptor uns über die gesamte Karte verfolgt, wie ein Stalker-Gegner, wie man sie auch aus den Resident Evil-Spielen wirklich nur zu häufig kennt. Und warum dachten wir das? Na ja, weil die anderen zwei Raptoren, die wurden ja vom T-Rex umgebracht und nur der eine hätte noch die Chance, irgendwie überleben zu können. Also was genau ist jetzt hier passiert? Was sehen wir jetzt hier auf diesem Bild, in welchem wir drei Raptoren sehen? Ich werde euch jetzt hier sämtliche Theorien dazu vorstellen und dann zum Schluss mal darauf eingehen, was ich glaube, was jetzt wirklich die Geschichte hinter diesen drei Velociraptoren sein könnte. Wir haben die Theorie Nummer 1. Diese Szene hier spielt zu einem Zeitpunkt während den Ereignissen vom allerersten Jurassic Park-Film. Das heißt, in diesem Tutorial-Zeitraum, wo es eben auch einfach noch drei Velociraptoren gegeben hat. Die ganze Nummer hier könnte also tatsächlich so eine Art von Flashback sein und später im Spiel haben wir dann aber tatsächlich nur einen einzigen Velociraptor, der uns die ganze Zeit verfolgt. Da kann ich schon mal sagen, das glaube ich nicht. Zum einen haben wir im Hintergrund immer noch diesen gewaltigen Sturm, der das Spiel ja scheinbar auch zu einem Großteil begleitet. Das heißt, das scheint mir schon eine Szene zu sein aus dem Hauptspiel, das eben einen Tag nach dem allerersten Film spielt. Des Weiteren haben wir auch noch hier diese Konzeptzeichnung, wo wir ja ganz klar sehen, dass mindestens zwei Velociraptoren hinter Maya herrennen. Das heißt ja, tatsächlich werden wir in dem Game mindestens drei Velociraptoren haben, vielleicht sogar ein oder zwei mehr. Eine andere Theorie besagt, dass das hier die Velociraptoren sind, die aus den Eiern geschlüpft sind, die Dr. Alan Grant mitten im Film findet. Denn ja, diese Eier sind offiziell bestätigt Velociraptoreneier. Allerdings würde das auch nicht wirklich Sinn ergeben, der das Spiel ja bereits einen Tag nach den Ereignissen von Jurassic Park 1 spielt. Das heißt, die Raptoren, die jetzt hier geschlüpft sind, müssten schon wesentlich älter sein. Und auch eine Erklärung, wie das Amalgam-Testing hat sie einfach schneller wachsen lassen, daran glaube ich irgendwie nicht. Das hier werden nicht die Raptoren sein, die wir jetzt hier im fertigen Spiel sehen. Ebenfalls können wir im allerersten Jurassic Park Film relativ frische Fußspuren im Sand sehen. Und kurz davor haben wir ja diesen gewaltigen Sturm gehabt. Das heißt, dass die Fußspuren eigentlich längst verwischt sein müssten. Die nächste Theorie ist, man könnte es so machen wie in Jurassic World Aftermath, denn auch da haben wir ja drei Velociraptoren, die alle verschiedene Farben haben. Ein blauer, der übrigens nicht blue war. Wir haben einen gelben und einen roten. Oder war der grün? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind das drei verschiedene Velociraptoren. Und ja, obwohl die Entwickler von Jurassic World Aftermath damals meinten, dass das Spiel niemals die Ambition hatte, in den Kanon reinzupassen, hat sich Universal einfach dazu entschieden, doch doch, das passt ganz gut da rein. Das Game ist jetzt offiziell Kanon. Das heißt, auch hier haben wir drei Velociraptoren, die einfach offiziell im Kanon sind und deren Entstehungsgeschichte im Endeffekt einfach ist, Dr. Henry Wu hat im Heim Experimente gemacht. Das wäre irgendwie langweilig, aber ich meine, ich wüsste auch nicht, ob ich da jetzt wirklich eine ultra komplexe Geschichte hinter diesen drei Velociraptoren brauche. Kommen wir zur vorletzten Theorie. Die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 haben den Kampf gegen Raxi einfach überlebt. Das mag jetzt erstmal aus dem Nichts herauskommen, weil wir haben ja auch gesehen, wie Raxi wirklich zugebissen hat und der Raptor dann auf einmal komplett leblos in seinen Mund gelegen hat. Allerdings gibt es einen nicht-kanonischen Comic, der genau diese Storyline bereits behandelt. In dieser Geschichte haben die Velociraptoren den Kampf tatsächlich überlebt. Das könnte man als Inspiration für die Storyline jetzt hier nehmen. Das halte ich nicht mal für sehr unwahrscheinlich, allerdings glaube ich, dass die letzte Theorie wesentlich mehr Sinn ergeben würde. Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass Jurassic Park The Game so minimal eine Inspiration für die, für das Grundgerüst dieses Spiels sein könnte. Wenn das hier der Fall ist, könnte man sich hierbei ebenfalls an der Geschichte von Jurassic Park The Game so ein bisschen orientiert haben, denn auch hier haben wir plötzlich wieder mehrere Velociraptoren, die auf einmal aus dem Nichts zu kommen scheinen. In Jurassic Park The Game wird das Ganze so erklärt, dass diese Velociraptoren von der Isla Sorna, von der eigentlichen Brutstätte, in den Park gebracht werden sollten und dann allerdings im Sturm freikamen. Ich finde die Nummer überhaupt nicht mal so blöde. Man könnte das wirklich so deichseln, dass Maya vielleicht mitverantwortlich für die Lieferung dieser Velociraptoren gewesen ist. Und dann würden wir eben mitbekommen, wie genau in dem Augenblick, als die zwei zusätzlichen Raptoren in den Park gebracht werden, dass genau dann der Sturm ausbricht und die Zäune lahmgelegt werden und so kämen dann eben diese Tiere frei. Das heißt, sie wären bereits zum Zeitpunkt von Jurassic Park 1 frei auf der Insel herumgelaufen, hätten dabei einfach keine Rolle gespielt, weil wir sie nicht gesehen haben. Ich fände das eine ganz nette Sache, dass man hiermit auch nochmal die Isla Sorna mit einbauen könnte und es würde einfach Sinn ergeben, bin ich der Meinung, da die Sorna ja die offizielle Brutstätte ist, wo die Saurier ausgebrütet und aufgezogen werden. Das würde also auch erklären, warum die Raptoren hier scheinbar schon ausgewachsen sind und daraufhin eben erst in den Park gebracht wurden. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu den Bildern, was hältst du von der Verschiebung des Spiels oder generell von allen Infos, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Lass mich deine Meinung dazu auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich freue mich drauf, die zu lesen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020